Hi Leute, ich bin Poldi von Gaming's is Sour und ich bin Tony und heute spielen wir mal Minecraft. Also, wir haben jetzt uns gedacht einfach ein random Ding, eine random Welt zu nehmen und einfach anzufangen. Also, ich würde sagen, wir farmen jetzt hier ein bisschen Holz und gönnen uns ein bisschen Essen und schauen mal, wann wir auf ein Dorf stoßen. Wenn wir ein Dorf haben, dann sehen wir uns wieder. Also, bis gleich! Bis zum nächsten Mal! Und da hinten ist noch ein Pillager-Außenposten. Oh mein Gott! Wie geil! Okay, lass hier unsere Hausform in der Mitte, oder? Warte, ich muss jetzt mal an der Dings enden. Meine Sichtwarte, wenn du da stirbst, das kann ich ja nicht sehen. Stirb, Kuh! Stirb! Hier! Hier! Hier sind Hüllen, geil! Da hinten ist eine Savanne, glaube ich. Wo kann man die Sichtweite ausstellen? Bei Grafik. Ah, bei Grafik! Okay, Tommy, warum folgst du mir die ganze Zeit? Alles klar. Ah, ich glaube, wir fangen jetzt an, hier uns ein Haus reinzubauen und dann sind wir mit dem Woodland Mansion verbunden, dem Ding, äh, Portal und der, äh, wie heißt sie? Wollt schaut. Wollen wir uns hier so ein Baumhaus, oder? Baumhaus, ja. Ja, weil hier ist perfekt alles zusammen. Und warte, wenn ich genügend Holz hab, dann können wir uns den Weg nach oben bauen. Alter, das ist eine geile Map. Das hat echt so. Ich wette, so sehr kommt heute Dings, ähm, ein X-X-X-Video auch noch, oder? Hundertprozentig. Nein, dann ist es eine halbe Stunde Video. Mal gucken, wie schnell es hochladet. Wer weiß. Der Grund dafür, dass jetzt so lange keine Uploads mehr kamen, ist, da ich, ich hab aufgenommen. Ich hab tatsächlich aufgefunden. Ich hab aufgenommen, aber, so cool, ich war leider nicht so intelligent und hab bedacht, dass mein, ähm, Computerspeicher vielleicht voll ist. Manche Leute, die kann es sehen, der, ähm, ist eine Video, wo man so ein Demonen enthält muss. Ja, du. Ja, ich glaub, die meisten kannst du nicht sehen. Okay, es wird gleich Nacht, es wird gleich Nacht. Weil es Video, die ja ab 18 gestellt, weil es ein bisschen zu total ist. Ja, aber auch noch bis an. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen hier rein. Ja, okay, der muss ja auch oben. Okay, der muss ja nach oben so gehen. Okay, bau du hier unten ein. Bau du hier unten ein Ding rein. Ein Eingang. Äh, eine, ähm, Eingang zum, äh, nach unten halt. Und wie wollen wir nach oben kommen? Aber das ist eine Idee, wie, hier geht's nach oben warte und hier geht's nach unten auf der Seite. Nein, mit Leitern, hätte ich gedacht. Okay, mit Leitern. Okay, das ist mit dem Eingang. Okay, wir brauchen Essen, wir brauchen Essen. Da ist noch ein Hühnchen. Nein, das ist noch ein Hühnchen, das ist noch ein Hühnchen. Kumpir am Tag wir hatten schon Kraft und Geld Kapp geben einen Stein okay okay Warte jetzt gehen mal weg es ist immer weggehen ich fühle mich sonst bedrängt gehe ich mal zu meinem opa der ist anwalt ich habe ich habe ich habe den ofen ich habe vier rohes hühnchen licht licht unendliche weiten dies sind die abenteuer dass der idioten poli und tommy ja die drucken aufweichen nein holen lecker ich brauche kommt hier gibt es Essen es ist sie das ja na klar ich habe versichtlich 6 Türen gemacht oh, Essen Ok, dann werde ich erstmal hier alles klappmachen, so dass ich was bauen kann Ich habe auch nie in Minecraft noch Bauhaus gebaut Echt? Ja, auch nie Das ist geil Ich habe immer nur meistens, also wie diese Weiden, ich habe meistens immer im Ding... Hast du Essen? Ja, ich habe eins, ich habe eins und das Fleisch Das ist gut Ich finde es halt gleich, die haben jetzt zwei ganz... Hast du noch ein paar, ähm, Ding? Was? Hast du noch ein bisschen Holz? Äh, ja, 56, aber die Karte hier oben ist baum und baum Du, das hat sich nicht... Im hellen Holz oder irgendwem Holz? Äh, dunkles Ok, ok, da kann ich mir dann Holz geben Was hat noch eines? Ist... nein, äh, nein Holzstämme meine ich Brauchen wir Holzstämme? Warte, mach mal Holzcoole Mach ich doch gerade eben Achso, ok Also aus dunkelhem Holz baum aus dem Ja Ich habe schon gleich Zombies gegessen War ich schon jetzt sehr bitter Bild für Zombies einfach Mh Meistens heißt es immer, dass es entweder ein Tor Wenn ihr nehmt es uns einfach rein in das Tor Ja, ok Also wir haben jetzt genügend gelabert, also ähm Jetzt wird erstmal gebaut Ja Und gebaut Also Wir werden jetzt ähm Erstmal weiterbauen mit allem Zeug hier Und mal Etwas äh Uns aufbauen hier Und dann werden wir sofort wieder weitermachen Also Jetzt könnt ihr glaub ich mal kurz ne Timelapse genießen Ja Also Bis gleich 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 Leute Jetzt wirds ernst Wir haben nämlich ein Problem, weil wir wollen schlafen, aber wir kriegen keine Wolle. Also wir kriegen nicht genug Wolle. Und deshalb werden wir jetzt mal hier uns heranschleichen Bei den Pillager und uns erst mal die leckere Wolle snacken. Ich würde sagen, no risk no fun. Genau, dein Sprichwort, das sagst du mir bitte, wenn du das Patent dafür in den Händen hältst, ok? Oh mein Gott, die sind alle gefangen. Ja. Oh mein Gott, wir haben so Glück. Lass mal den einen Boden frei, oder? Gibt's da einen? Ja. Oh mein Gott, ich habe einen Schütter. Ich habe mir leider lassen. Ok, ich gehe rein. Ich glaube, die sind alle draußen. Ich komme einfach mal mit. Ich mache immer noch mit. Die gibt's ja Fischer. Weil ich sterb, sonst reicht auch nichts zu essen. Einfach XP-Bottles. Als ob. Die heben wir uns auf. Ja. Kartoffeln? Wie viele? Zwei, aber... Aber wir müssen sie anpflanzen. Und Karotten. Und wir müssen die ganzen Sachen anpflanzen. Ok Leute, ich würde mal sagen, das war... Feste Welt ever. Alter, da ist ne. Als ob jetzt wirklich alle da gefangen sind. Ich sehe dort hinten ist ein Dorf. Dort hinten ist ein Dorf und da ist ne. Ich muss was essen. Thompson, warte, ich habe was. Thompson, komm hier hin. Nein, der ist draußen. Ich habe nur noch drei. Den können wir killen. Oh ja, warte, Suppen. Das stimmt. Ok, ich wette, den kriegen wir zu zweit. Ok. Ja, und ich habe gesagt Pallion schon. Ok, warte, ich muss mich kurz freilassen. Ok. Ich sag nur Attacke. Supergänger start. Ok, hab ihn. So, jetzt können wir die... Wo ist das Dorf? ...Eisengohlen freilassen. Noch nicht geworben ist von der Leine, dass wir ihn festhalten können. Stimmt. Schade. Aber schau, hier ist... Das Dorf ist dort hinten in der Savanne. Ok, schauen wir mal... Ich hoffe, der ist so... Kann wir von hier oben... Ding sehen, Diamonds? Ein Riss. Ich weiß. Warte, ich geh zur Savanne und schau, ob da dein Dungeon auch ist. Hä, wo ist so eine? Was ist für ein langer Riss? Oh, ich hab fast ein Riss angefangen. Hey, Freunde, wo bist du? Hinter dir. Boots, 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 Boots. Boots, Boots, Boots. Boots, Boots, Boots. Boots, Boots, Boots. Wo, wo musst du jetzt hin zum Dorf? Ok. Das Dorf ist in dieser Richtung. Wo geh ich da rein hin? Ok, ich geh nach Hause und... Aber warum weißt du das? Ich hab's vom Turm aus gesehen. Ok. Ist da hinten in der Wüste? Ähm... Ne. Also... Ich baue einfach... Oh mein Gott, hier ist auch noch gleich Zuckerrohr. Ja! Ja, Zuckerrohr. Ich hoffe, ich bleibe wieder zurück. Ok, wir haben langsam kein Essen mehr. Okay, wir haben langsam kein Essen mehr. Wenn wir daheim sind, bratig, äh, bratig, ein bisschen leckere Kuh. Ok. Ok. Und... Ok, warte mal kurz. Und dann, ähm, wenn wir die leckere Kuh gebracht... Oder soll ich mir die Witch Hut gönnen? Aber da gibt's ja nichts besonderes drinnen, oder? Ja. Gibt's nur ne Potion. Warte. Wenn ich dieses Schwein in unser Boot krieg, dann nenn ich das Peter. Peter! Halt Stopp, Peter! Halt Stopp, Peter! Nein! Du hast noch nicht die Ehre, Peter zu sein. Komm her! Komm her! Ist nicht verlaufen? Kommt her, Peter! Oh mein Gott, wir haben zwei Peter! Ja! Komm, geh da rein, Peter! Komm mit, Peter! Komm, wir müssen hier entlang! Ah, hier ist die Wüste! Peter! Ähm... Nein, nur mal 100! Nein, nur mal 100! So, ich liefere dich jetzt erstmal ab und dann hole ich Peter Nummer 2! Was ist denn das? Oh mein Gott, unter unserem Haus! Mit nem Eingang! Das könnte eine super Geheimbasis werden! Nein! Ich habe eine verdammte Karotte dem Schwein verfüttert! Wir haben noch eine Karotte! Ist okay! Okay, Peter hat's verdient! Peter hat's verdient! Rauskandidaten? Rauskandidaten bitte! 100... 100... Also 200... 200... 200... 200 merkt ihr mal! 200... 200... 200... Ja, da muss ich jetzt einmal in eine Richtung laufen! Weil ich jetzt minus 200 bin jetzt! Und nichts mehr zu essen habe! Also ich hab noch Suppen! Okay, also... Wir sind ja jetzt zu Hause! Heißt, dann baue ich mal weiter unser Haus! Ja, mach das! Ich baue uns hier direkt jetzt voll die coole Form rein! Du brauchst ja eben schon eine Form dazu, oder? Ja! Also, bis gleich! Hi Leute! Wir sind's, ähm... Auf jeden Fall... Die Time-Lights ist echt zu lang! Deshalb haben wir uns gedacht, lass mal ein Voice-Over recorden! Ja! Und da wir jetzt so blöd sind, um das in Lightworks zu machen, müssen wir es jetzt mit Windows Sprachrekorder machen! Der wird wahrscheinlich alles wieder verkacken! Und es wird sich mega scheiße anhören! Oh, der ist voll sich mega geil an! Weiß ich auch nicht! Sollte Windows auf jeden Fall TikTok kaufen! Oder Walmart! Ist mir egal! Hauptsache, ähm... Ihr gehört nicht mehr den Chinesen! Hahaha! Allgemein! Ich kapier's TikTok nicht! Ich kapier's nicht! Ich auch nicht! Ich hab TikTok einfach nur zu Videos geguckt und vielleicht irgendwie Tipps! Wie zum Beispiel Minecraft zu... Weil ich hab nur so viele Videos von TikTok für Minecraft zu Banner oder so... Ich kapier's echt nicht! Ich kapier TikTok nicht! Oder zum Beispiel wenn ich ne äh... Vorrat oder so... Ähm... Ne Hilfe braucht oder so man findet halt ein paar Sachen bei TikTok! Aber sonst weiß ich für was es ist! Ich kapier TikTok einfach nicht! Ist es lustig! Cola umzudrehen! Musik spielen zu lassen! Und die Cola auf den Boden fallen zu lassen! Keine Ahnung! Ist es... Ist es lustig, wenn du dir Laptops zwischen die Speckfalten tust! Und... Dann äh... Dir denkst, äh... Und versuchst ne neuen Trend zu starten! Was? Äh... Ich versteh das nicht! Okay, hol mal... Warte, Thompson! Hol mal kurz... Äh... Hol mal kurz TikTok raus! Das erste Video, das da kommt! Ich will sehen! Ja... Also er hat TikTok... Ich krieg ein Anime Video von... Seven Deadly Sins. Tu das aus! Mach aus! Böse! Böse! Wahrscheinlich wird jetzt äh... Nein! Ich denk, wir müssen jetzt neu anfangen. Ah... Ich hoffe so, dass wir keinen Copyrights 3 kriegen! Aber nicht schon wieder! Ich hab keinen Bock darauf! Ganz ehrlich... Weißt du was? Ich guck jetzt einfach aufs Brust Tiktok Videos an. Nein, du musst nicht schau dir YouTube an. YouTube ist besser. Okay, also wisst ihr was? Wenn wir bald drei Minuten sind, hör euch einfach aufzureden. Sie wissen nicht, was wir sagen, sondern wir... Wir sind einfach zu blöd dafür. Übrigens, ich denke, dass wir heute nochmal ein Minecraft-Video aufnehmen. Oder wir streamen, wer weiß. Die Leute denken sich selbst so... Digger, warum guck ich euch? Nein, niemand wird uns gucken, genau deshalb. Sollten wir irgendwann mal in der Zukunft irgendwie berühmt werden? Ich glaube, wir werden sowas von hart dafür gemobbt werden. Oh mein Gott, die drei Minuten sind schon fast da. Jetzt dürft ihr die geilste Musik hören, die jemals produziert wurde. Ja, die beste, die ich kenne. Ich habe noch nie gehört, aber er sagt's. Okay. Also, ich lass mal kurz Musik spielen. Etwas zu dramatisch, stimmt's. Wir machen einfach wieder normale. Okay, tschau. So was es auch. Wir machen nun Käption. Wir machen sich damals iiiig. Wir machen was immer wieder psicolagen, Daher gemacht haben. Wir machen den Titel Tr온. Weg machen bevorz contrib Locker. Entwurde Entwurderer Mannschaft. Daher Plus Fr ở von China. impresft bị seine Stin parar werden vom Klabd gering materialen, In Mama Tier. Was. Was macht los? Bis zum nächsten Mal. 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 Nein, wir gehen ja beide meinen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich würde mal sagen, wir haben jetzt ganz schön gut abgestaubt. Also, wir werden jetzt erstmal ein bisschen... Ja, das ist eine Map aus Redstone. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, dass wir jetzt nach Hause gehen und alles einschmelzen. Hören Sie auf damit. Wir gehen jetzt nach Hause und schmelzen das alles ein und dann, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Also, wir machen kurz den Schnitt nach Hause. Also, ciao und bis zum nächsten Mal. Okay, ich glaube mal, ich glaube mal, dass das eine ziemlich coole Folge war. Mir hat das Spaß gemacht hat. Mir auch. Also, wir haben jetzt eine geile Base mit einem Schlafplatz. Oh, wenn wir nächste Folge vielleicht Diamanten finden, könnten wir sogar die Woodland-Menschen vielleicht sogar schon schaffen. Oder den Ausbossen. Boah, das wäre cool. Ja. Aber, ich würde mal sagen, dass es jetzt auch mal reicht. Das war jetzt eine große Folge. Ja. Also, ich bin Poldi. Ich bin Poldi. Wir sind Gaming zu Sauer und tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.